Lust, den Körper und den Geist gleichzeitig zu trainieren? Dann ist Live Kinetic vielleicht genau das Richtige. Das Training wurde von Horst Lutz, einem deutschen Sportwissenschaftler, entwickelt und wird auch beim UFC angewendet. Wir haben uns von Torwart-Trainer und Live Kinetic-Coach René Keffel einige Übungen zeigen lassen. Live Kinetic besteht aus Wahrnehmung, Gehirn-Jobbing und Bewegung und daraus resultiert natürlich auch mehr Leistungsfähigkeit. Und dahingehend ist auch das Training dann aufgebaut. Für das Training braucht man zum Beispiel farbige Tücher, Bälle, Badminton-Schläger, Seile oder Hütchen. Tausende Übungen lassen sich kombinieren. Die Trainingsmethode ist nicht nur etwas für Profisportler. Also für Groß, Klein, Dick, Dünn, Alt, Jung ist für jeden geeignet. Dadurch, dass das Training auch nicht anstrengend ist, kann es eigentlich auch jeder machen. Studien haben bereits gezeigt, dass Live Kinetic funktioniert. Diese Erfahrungen haben auch Spieler von Kickers Offenbach gemacht. Wir haben es im letzten Jahr, also in der letzten Saison, regelmäßig gemacht, beziehungsweise einen Kurs angewendet, also zwölf Trainingseinheiten einmal die Woche. Und jetzt in der neuen Saison machen wir es eigentlich nur noch freiwillig. Also diejenigen, die glauben, es hilft ihnen, die machen das freiwillig. Man erlernt das relativ schnell. Wir sind ja nicht dabei, das Training zu automatisieren, sondern wir sind wirklich nur dabei, gewisse Übungen, dass man sie beherrscht. Also, dass man so drei, vier, fünf Mal beherrscht. Und dann kommt schon wieder eine neue Aufgabe, dass man immer wieder den Reiz hat, was Neues zu schaffen und auch den Ehrgeiz hat, das zu schaffen. Bereits eine Stunde pro Woche genügt, um schon nach kurzer Zeit erste Veränderungen zu erkennen. Neben dem Erfolg steht der Spaß jedoch ganz klar im Vordergrund. Das ist die eine Klingel. Das ist die eine Klingel. Das ist toll.